ja ich also ich würde vielleicht morigesch mal ein bisschen tanky bauen oder so ich fange aber mit megacosm an vielleicht baue ich danach direkt einen worldbreaker ja irgendwas was dir ap und leben gibt ja ja aber megacosm brauche ich auf jeden fall das ist must have irgendwie auf morigesch finde ich aber dann gehe ich als zweites item direkt mal auf worldbreaker und dann dream bein da eigentlich auch nicht verkehrt gibt mir nämlich auch noch mal 250 leben wraith leggings gutes item aber live bein da es gibt was ist denn noch gut dann muss ich mal gucken was was ich da noch bauen kann in your face ok wir fliegen hier nein kein hit wie im mirakel web hat er schon ein pot reingehauen der dolly nein erstes blut ich habe ein bisschen angst dass hier gleich so einer aus dem jungle kommt weil der red side ist ja hier bei mir der war hier auf der seite noch jungler was haben die denn raus geblieben der zu wenig leben der doll go hassan go hassan go hassan jawohl okay er muss ja auch blinken missing enemy mit ja der müsse auch gebäck sein gebäck so 1200 für den poten stuff ich nehme nur den guten stuff zum beispiel hustensaft so satt was los hier die mal blät was ist denn los hier was seit denn die Ja, natürlich, wenn du Angst hast du dir Alter, ich kann den nicht anvisieren, was denn das für ein Scheiß? Es geht nicht Der ist so modlich, der Sonic, das sagt Ich kann den einfach nicht anvisieren Hä, wo ist denn was denn geflogen? Das ist eine riesen Puppe an der Hüfte, ist der geil Hä? Warum kann ich ihn die ganze Zeit garantisieren? Was ist das? Was ist das? also irgendwie mache ich dem zu wenig schaden einfach zu sagen weiter der richter schon inhalt wird machen ich habe aber auch keinen mehr jetzt weiß so nicht wo der die puppe an deiner hüfte ist ja größer als du bist ja weil das riesen crunches die crunch chips sieht aus als ob das ein rucksack ist auch ein gutes kennedy auch nee es hat immer sonst gehen war bei paragon mit dem buchser es ist ja stimmt besser zu machen und wird er wieder auf die krex gestoßen ja aber wir haben den krex selber in der mitte schon mal gut ist das ist doch schon das ist gut ja das ist gut kann ich mein das kohlen auch shit muss ich flaschen du musst flaschen ja kannst ihm noch mal schaden machen ich habe den noch als eingespeichert oh nee nee jetzt nicht mehr der hauls hat mich ganz schön heftig gesäuert kann sie ihm noch mal der mensch machen go fey go fey jawoll und keines ist auch sind ich bin auch so stark genug noch quasi schon mit 5 au muss ich flaschen muss flaschen glaube ich der hassan hat 1738 musst du auch nicht flaschen ich habe wenig wenig leben wenig mana so larry ahaha er ist doch raus geflasht geil hätte er überhaupt nicht machen müssen ich hätte noch gerne mana für eine q der hat Angst vor den gesunft hätten oh god nein jetzt der blink kam nicht raus ich habe ihn noch gesehen ich habe ihn noch gesehen um der eck ich dachte da steht doch jeder ja ja ich habe ihn ich habe ihn auch gesehen bin dann zurückgelaufen und habe dann also habe geblinkt aber der kam nicht mehr raus wenn man älter ist dann kommt er nicht mehr raus ja ja ich dachte ja ich dachte ja kein mana mehr der boy hoffers mehr lag als ich zwei games verloren dank feeder und auf karlas ach das wie es mir auch schon die ganze zeit ja ja mir auch immer wenn der demo den spiel mit dem sonic alter der hat nur gefiedet wieso heißt du ingame nicht mehr schatz fuck weil das ein anderes spiel war ist das schon ein bisschen her schatz fuck das ist schon ein bisschen her ja das war kult muss ich sagen schatz fuck ja trotzdem macht das spiel aber kann man mal da kann man mal durcheinander kommen das ist ja gar kein problem ich will mich auch nicht trauen guck mal wie aggressiv der ist der boy und jetzt und stoppa warum sind da minions hinten bei ihm im tower what the fuck den grünen buff mache ich jetzt voll so worldbreaker bauen was ist denn da für ein gequiesel bei euch keine ahnung raptor oder what ja ja ich hab schon den 1000 was man dennoch nicht sehr gut der murdoch will net das ist schade ich komm aber auch mir hab ich gesagt ziemlich egal was der will ich bin auf dem weg was muss ich wollten oh da ist es dir ich spür's einer tot was ist denn das hier er hält er ist tot öh wir sind hier mein tower fällt go hassan oh jawohl ja jetzt hat der jetzt hat der larry da hinten meinen tower weg aber dafür holen wir jetzt die mitte physical arm boah und so dann bauen wir jetzt die mitte und so dann bauen wir jetzt die mitte 13 sekunden madoc 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 bester Held, habe ich das Gefühl. Ich finde die Bisschen zu stark. Hallo, ich bin der Demon. Ich finde die Mori-Gesch-Bisschen zu stark. Doppeltötung. Alter. Ich bin gesoffen, oder was? Alter. Ich bin gesoffen, ich bin gesoffen, ich bin gesoffen, ich bin gesoffen. Ich bin gesoffen, ich bin gesoffen. Wie viel Mana habe ich nicht mehr? Wo ist der Crunchchips? Ist der hinten beim Green? Ah, ne, da hinten ist er. There you are. Boah, geil, oh, die Level 2. Achso, die Mann im Prime. Kann ich nicht viel machen, außer Auto-Tags. Weil der Restblick geht ja dann nicht drauf. Wie war der Link? Ah, schweißen, Karst. Ping-Menü, Mann. Stuck in dem C. Oh, Hassan. Oh, Gott, weg. Äh, der, 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 der Hawitzer? Oh ja. Sorry. Jetzt hast du es gesehen. Ich habe wenig Mana, ist ein bisschen... Oh, das ist noch ein Hauitzer. Ja, dann geht weg. Ich habe noch Ulti. Ich habe noch ein bisschen Farben. Go, Faye. Krass. Hauen wir mal ein Dreambinder. Schatz, fuck. Boah, und ich habe das letzte Mal Cola getrunken. Schmeckt ja richtig wild. There you are. Cola. Keine Ahnung, Cola halt. Okay. Cola halt, Raptors Bond. Schwarz hat ihr sehr viel. Jetzt baut der Magierüstung der Crunch. Kann ich den jetzt immer noch töten? Du nutierst zu seiner Rüstung. Meinst du, der stirbt? Nee, oder? Nee. Nee, der rennt weg. Dann pushe ich mal den Minutes in seinem Turm. So. Was ist denn da hinten los? Wieso müssen die Leute in den Hauz schlagen, wenn wir mal an den Raptor gehen wollen? Das frage ich mich auch immer. Nein. Der Loll, der ist rausgeblunken. Stirb doch, Larry. Ich hätte halt nicht mehr ulten können. Ich hätte nicht mehr ulten können, weil das hätte von der Zeit nicht gepasst. Ich hätte aber da neben mir eine Chance in den Händen, wenn ihr dich bückst. Wirst du, in dem Augenblick fliegt die Rakete. Ja, das ist ja geil, Alter. Wie bei Transformers, Alter. So in Zeitlupe. Und du drückst in den Laubbaum rein. Das, ich denke mir gerne, dass ich mich mal bückge. Da ist der Stil, der hüpft da rechts hoch. Ich stehe auf, Männchen. So. Oh, oh. On my way. Mhm, please. Baut noch zwei Sekunden. Ich sterbe. Ich kann nicht wegschampen. Leid. Die anderen Larrys machen irgendwie nix. Dead. Warum macht mir hier keiner was von denen? Oh. Hasse das. Warum ist der Murdoch nicht da hingekommen? Der ist zum scheiß Goldbuff gelaufen. Oh. Ich muss links treffen. Okay. Ich bin schon hier auf der Seite. Ah, 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 ah. Attacke. Ich bin schon hier auf der Seite. Na unten. Nee, tut er nicht. Ah, ja. Dega. Oh, leid. Das ist ne Quizleider. Ich gehe Werbung gucken, alter. Rupel elektrisch. Rupel elektrisch? Alter. Zwei Leute, oh mein Gott. Opel Mokka, alter. Erinnert mich an zu bücken. Und? Opel Mokka. Wie viele Kills hat denn unser Murdoch? Sechs. Und deren Drongo? Vier. Geh ich mal gerade auf die Mitte. Oh ja, schön. Gönn dir, gönn dir mal einen Jungle, Junge. Wer? Ja, ja, Vix Carry von uns. Irgendwann später nachts an der gleichen Bus halt, ich ja gewinne mich. Alter. Du guckst ihn dann besser an. Du kriegst einen Stein ab. Ja, und? Bam. Ja, das war ganz schön. Wenn du vor in der Bus einsteigen willst, bevor der Bus fährt, kriegst du nichts dran. Sehr schön. Oh, ich hab da. Voll nacken hier. Gib ihm. Ich bin dabei. Ich bin da schlagen, kann er schon. Echt nett. Tag Speedbound. Da haut aber schaden aus. Ja, das ist ne gute Idee eigentlich. Ja, der ist schon krass. Der Crunch ist schon krass. Aber. Auf mein... Overwage. Ich hätte jetzt einige... Das ist nochmal los. Overwage. Gut. Der ist tot. Kannst du da was machen? Die haben doch Bock. Naja, klar. Aber. Aber die Stein übern Spiel. Ich hätt noch. Ich hätt grad noch mein Dings gezündet. Mein Stase. Okay. Einen Schuss mehr, dann hätt ich gedrückt. Ich war bereit. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Der Name ist Silversmurfer. Silversmurfer, ja okay. Klingt auch gut. Oh, ein Team war Silverspieler. Silversurfer, Silversmurfer. Was geht noch? Banalritter 13. Goldständer. Silversmurfer. Silversmurfer. Bisslfasch. So, punch punch. Hast du die neuen Modi gesehen, Demo? Von Overprime? Nee, noch nicht, nee. Wieso geil? Nö. Nö, nee. Ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr in Spiel. Auch nicht, bro. Könnte man ja mal probieren, trotzdem. Ach, das ist scheiße. Ach, wo bin ich denn? Komm, ist hier ein Hauhitzer. Hallo. Ma. Der hat mich gestunnt. Der hat mich wieder gestunnt. Ah, da kann... Ich kann ihn halt nicht ulten, wenn er mich stunnt. Dann bricht meine Ulti ab. Das ist ein bisschen Kacke gegen Crunch. Babam. Kaputt getrampelt. Ach, das ist der Superstudent im Gegner- im Gegner-Team. Rennst ja wie so ein aggressiver Pitbull. Ja, ordentlich. Das Deck von Howell's... Der wird rausholfen. Hm? Anna, ja. Anna. Der wird raus, Stasen. Du musst mal steigen. Oh mein Gott. Du musst hier weg. Die Taste gehangen. Ja, Problem ist, die sind am Raptor. Safe, ja. Also Drongo ist jetzt gerade gespawnt und deren Jungler ist tot. Aber Crunch ist auch noch da. Ja, ich mach Slowpush und komm rüber. Ja, jetzt bin ich hier. Jetzt ist keiner mehr da. Ja, ich komm trotzdem. Oh, Mitte. Wollt, am T2. Wollt, am T2. Wollt, am Weg. Mein Boy. Ja, Peace. Sind die am Raptor dran? Ei, ei, ei. Nee, die haben wieder aufgehört. Wer ist ein Drongo? Oh Gott. Manchmal ging daneben. Alter, ich hab nur von jetzt fahren. Ich bin sowas von dem Arsch. Komm her. Nein, 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 ich bin tot. Ah, zu spät. Die Gruppen muss immer einer sterben. Ja, weil die rotieren halt nicht. Die stehen alle da. Jetzt laufen sie wieder zur Lane und jetzt wird gleich gefeitet. Pass auf. Jetzt, wenn sie aber noch Tor machen. Hinter euch ein Crunch. So, jetzt Abfahrt hier. Auch den Carrier. der Fae ist nicht da. Murdoch. Fightet gegen Feng Mao. Aber den Feng Mao kriegt er, glaube ich, tot. Crunch in der Backline. Er haut den Murdoch um. Sehr gut, Murdoch. Gut, zwei tot. Raptor. Please. Da ist noch ein Carry von denen. Der müsste hier jetzt irgendwo vorbeikommen. Ne, was da sind. Der Carry. Ah, Junge. On my way. Keine Auto-Attacks. Wer will ich von jetzt können? Ob ich den killen kann? Ich glaube nicht. Ne, schade. Er hat so wenig Leben noch. Der tickt noch, oder? Der tickt doch nicht mehr ganz richtig. Ne, ich habe leider keine Wraith-Leggings. Sonst hätte ich dann ein bisschen mehr Damage gemacht noch. Tickst doch nicht mal ganz sauber. Die neuen Modi sind ein Armutszeugnis an einem Paragon-Nachfolger. Ja, sehe ich auch so. Das mit den Murdochs kann man vielleicht mal spielen. Aber das ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Das ist jetzt nur in diesem neuen Spiel-Modi so interessant oder so. Und auch in der Greystone kommt jetzt bald. Oh. SS Graustein. Der ist so schön einfach. So schön eine Demo-Held. Aber springen und kämpfen ja auch. Hinter Murdoch ist ein Hobbit, ja? Verdammt, bitte. Wraith-Leggings? Caustica. Gibt es Leben? Hä? Tainted Scepter. Gibt ein bisschen Leben. Die haben ein Heal. Die haben nur ein Heal. Ich brauche die Wraith-Leggings. Brauche ich halt auch nicht, Hanky. Ich kenne kein anderes Bild für Morigash. Ich kenne nur das normale Morigash-Bild. Ich bin auf dem Weg. Oh. Ich bin immer noch auf dem Weg. Oh, okay. Okay, die haben keinen Bock mehr, oder was? Na, aber wir, ey. Okay. Das weggeblitzt. Naja. Was kann man nehmen? Kann man die Mitte ein bisschen bel... Lager? Wieso denn? Ich push mal. Sorry, von denen keine Ulten mehr. Fuck. Alles daneben. Ich kriege nicht tot. Dann haben wir auch gar nichts. Ich bin der Übermensch. Hinter dir ist jemand. Ach, scheiße. Kommt der denn her? Ja, abwarsch auf der Mette. Oh, nee. Warum sagst du mir das nicht, Dimo? Ich seh's noch zeitverzögert. Ach, du Scheiße. Komm, Lanza, zeig, was du kannst. Frag mal, we too low, ob er worst carry is. Are you worst carry? Max, helf. Keine Antwort. Keine Antwort. Hm, 1000 fürs nächste Item. Okay, dann... Tell him... Wie spricht man das aus? Guang-Chi-A-Le. Guang-Chi-A-Le. Asked. An enemy tower is under attack. Na. An enemy tower is under attack. Er schreibt, na. Aber woher weiß er, dass er gemeint ist? Weil er der Carry ist? Sie müssen nicht angenommen werden. Dann erwartet schon Crunch. Ich nehme den Preis nicht an. Ich komm zum... Rapportore. Okay. Der Carry von dir hat ja einen Mega-Bug. Big frontline. Was machen Sachen? Wer ist das denn hier? Aber auch wenn Carry, wo ist er? Oh, da musst du erstmal hochkommen, du Larry. Okay, ich geh dann mal. Aber der soll braun. Autsch, 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 Autsch. Deren Stil hat wenig AP-Kerkeling. Ja. Äh, äh. Warte. Einen hab ich. Sehr gut. Hm. Ja, aber überhaupt passiert nichts. Der macht den, oder? Nix. Wer macht wen? Ich dachte, der Junkner von denen macht vielleicht den, äh, Fang. Aber ist er jetzt schon... Go Fae, go Fae. Mach ihn low, weil ich kann ihn ulten dann. Nice. Ich hab kein Mana mehr. Ach, scheiße, jetzt kann ich ihn nicht back. Bin ganz schön low. Ist das doch der Große? Kommt der, Carry? Ja, ja. Ja, wir kommen. Go, weiter. Still kommt. Aber der ist, ist auch low. Und der hat kein Smile. Gut, ich hab's zwei Sekunden wieder ab. Jetzt. Ja. Das ist dir. Man steht von T2. can Не лич. Der andere nur. Perfekt. Epapapapapapapapapapapapapapapapapa. Was haben wir wieder daten? Dann ab zum Prime. Enemy tower under siege. Eiger. Bleiben ja. so zockte in letzter zeit nicht auf dem invincible account ich weiß nicht dann kommst du hier um die ecke sollen wir einfach anfangen in den Wels der Karrie ist ja hier, ich hab Smite wieder in 2 ok dann machen wir mal links durch mördergust alleine in der Mitte ich weiß auch nicht dafür ich versteh den Sinn des Diffens, aber wir hätten doch einfach dass wir dann durchlaufen können weißt du auf ein Teil einer muss weg ich hab Affei geht glaube ich raus naja, auf dem Tau verloren ja, was machen die alle boah krass boah krass joo ich hab'n die Bock auf dich noch ein, die Bandstand nein stirbte noch, jawoll ich hab'n noch mitgenommen hau'n um, hau'n um hau'n um, hau'n in die Fresse Stein bam und jetzt rechtsklick drauf hat er nicht nein, rechtsklick jawoll jetzt hol' den Enip boah ich hätt'n ich hätt'n eben fast schon also ich hab'n ja noch gemacht aber ich hab'n noch meine E aktiviert aber bin dann sofort gestorben ja, rechts könnt ihr holen die hat, äh, Minions und dann direkt Mitte boah, ich weiß nicht oder Mitte, Mitte habt ihr Minions grade okay, mach den vor alles klar GG GG oh ne ne, mit dem Carry den wir da hatten da hab' ich nicht mit gefloat ne ne noch nicht so geil GG 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 x ich r sch er ich